Ich glaube, 64 werden noch nicht reichen. Ja. Wenn wir noch nicht genügend Holz haben. Ich glaube, das ist nämlich jetzt schon die Mitte. Das wäre geil. Dann kann ich nämlich die andere Seite... Mal, ich habe genügend noch. Oh. Nein, habe ich nicht. Ja. Ja. Vielleicht kann ich jetzt da runtergehen. Dann habe ich noch... Ah, ich habe noch Holz dabei. Jetzt glaube ich die Mitte. Eins, zwei, drei, vier. Hier wäre die Mitte, oder? Eins, zwei, drei. Sieben. Eins, zwei, drei. Mitte. Eins, zwei, drei. Da kommt jetzt dann eine Schicht von Holz. Und dann, äh, setzen wir mal Fackeln, damit es dunkel hier ist. Wir reißen das schon mal raus. Damit alles größer wirkt. So, dann hätten wir das nämlich auch bald. Äh, halt die Scheune. Dann kommt hier oben nämlich viel Stroh rein. Das ist dann der Stroh... Äh, der Dachboden ist dann hier der... Das muss noch so lange dableiben. Bis da was... Äh, steht. Der Dachboden wird nämlich dann der, äh, Strohhalding sein. Nein, das kann ich eigentlich auch wegreißen. Wir werden das Ganze nicht froh. Ich habe vergessen, das Eier zu... Ach, das Eier zu holen. So, dann holen wir mal die Eier. Du bist halt voll fleißig am Eierlegen, Hühnchen. So. Dann steht da schon mal was. Dann renne ich jetzt mal rüber. Dann reiße ich die Bäume drüben ab. Damit wir wieder Holz haben. So. Meine Nase, ey, du regst mich auf. Und jetzt die Frame-Einbrüche regt mich auch auf. So, dann reißen wir mir hier das ein. Alter. Die Nase, ey. Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Warum ist das so? Um ausgerechnet immer, wenn ich aufnehme. Alter, jetzt fängt das Ruckeln an ohne Ende, ey. Das war noch mal feierlich. Hörst du auf zu ruckeln? Ich weiß nicht, was ich rechnen muss. Keine Ahnung. Hör auf zu ruckeln. Die Frame-Einbrüche sind gerade echt scheiße. Das liegt vielleicht daran, weil er jetzt die ganzen Blätter berechnet, die jetzt alle gleich verschwinden. Und dann berechnet er, was in den Blättern ist. Dann berechnet er das ganze Zeug, das runterfällt. Ja. Keine Ahnung, wie das alles berechnet wird, aber... So, was haben wir jetzt alles genügend Holz auf jeden Fall. Warten wir ein bisschen, bis er ein bisschen abgebaut hat. Gehen zu lang da runter und reißen wir unten noch ein bisschen Erde weg. Hm, wie mache ich das denn jetzt? Werde weg. Dann... Da noch eine Reihe. Der Platz sieht so mickrig aus. Nicht so voll der coole Riesenplatz werden. So ist es jetzt anscheinend noch nicht geworden. Auf jeden Fall... Nein, in die Richtung kann ich fast gar nicht mehr gehen, weil dann haben die Stände keinen Platz. Auf jeden Fall soll er in die Richtung gehen. Hoffentlich schaut er irgendwann... Ah, ich kann ihn hier in die Richtung noch ran machen. Ins Haus. Damit... Äh, dann schaut er auch weiter aus. Im Haus will ich sowieso keinen Stand haben. Da haben wir aus unserem Arbeitszimmer zwar dann die Sicht voll krass auf den Marktplatz, aber... So, jetzt ist dann auch ein Axt wieder kaputt. Jetzt fehlt uns dann bloß noch genügend... Das kann hier drüben genauso sein. Das ist dann bloß noch genügend Kies. Um den ganzen Platz da abzudecken. So, die ganzen Setzlinge, die ganzen Äpfel, ich freue mich. So. Da ist immer noch nicht alles weg. So, kommt gut auch noch runter. Und dann nehme ich noch den da mit. Der auch. Der wieder irgendwo hier hängt. Naja. Egal. So, dann geht's wieder zurück an die Arbeit nach drüben. Wenn ich das Holz umgewandelt habe. Ja, genau, ich habe da drüben eine Workbench. Eine Workbench. Keine gleich zu bleiben und Nacht will auch. Aber ich will mit uns auch glück. Ein Bett, dann kann ich drüben schlau werden. Das kann ich eigentlich wegreißen. Äh, nee, sonst können wir nicht. Ja. Ich brauche unbedingt einen Aufgang hier. Irgendwie, wo ich hier hochkomme. Dann verarbeiten wir das mal zu Holz. 16, 8, 8, 4, 4. Gut, da noch genügend. Jetzt jeden Fall. Auf jeden Fall. Können wir sagen, dass ich das hier auch wegreißen werden muss. Ich werde noch weiter wegreißen. Alter, wenn ich mich erinnere, wie weit der Berg mal da vorne stand. Echt krass. Er stand ja mal irgendwann... Er hat mal... Er stand ganz knapp vor unserer... Wo ist es die? Erde hier. Hier ist die Erde. Er stand mal ganz knapp vor der... Oder die Reide, die ich noch nicht eingesammelt habe. Da ist er eigentlich nicht so wichtig fürs Erste. Jetzt wird nämlich Nacht. Und ich verbau mich wieder. Na, muss ich da unten liegen lassen. Oder übel. Ich hole es jetzt noch. Jetzt wird Nacht, komm, bleib halt. Ich... Laufschmeller, Junge. Laufschmeller. Na, das darf ich glaube ich nicht sagen. Egal. Oh, es ist Just Earned Achievement. Ach so, ja genau. Das habe ich vorher schon. Äh, Töme, Äpfel, Just Earned Achievement. So, dann kann ich hier weiter zubauen. Na genau, auf der anderen Seite fällt ja auch noch was. Eine Axt ist wieder kaputt, fast. Aaaaaaahhhhhh. Klar, hier so, so, so. Puh, und bam. Du weg, auch. Du auch. Äh, hesser. Wird hier weiter gebaut. Das hier habe ich keine Ahnung. So, dann geht's weiter. Ich habe genügend gemacht. Eigentlich habe ich noch mit 32 und jetzt mit 41. So, 42 habe ich noch. Sollte reichen. Ja, locker. Die letzte. Ah, das ist ja blöd. Das ist ja blöd, dann ist das nicht direkt in der Mitte. Da muss jetzt nochmal komplett alles weg hier. Weil dann, äh, wäre die Mitte ja eigentlich, wenn ich mich recht entzünden müsste es dann ja heißen, dass jetzt hier nochmal eine Schicht rufen kommt. Mal so, 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 so. Und dann müsste ich es haben. Genau. Hier noch die ganze Erde weg. Dann wird hier hinten, ich glaube ich werde hier hinten das Loch machen. Da hinten das Loch hin. Komm. Ähm, weil dann... 2, 3, 4, 5. Ich will nicht alles umwandeln. So. Dann, ähm... Das ist bloß nicht so groß wie vorher. Ah, blöd. Dann kann man nämlich hier hinten eine Leiter hinstellen. Ich habe den Ding dabei, die sind sehr gut. Dann wartet. Dann kommt hier eine Leiter hin. Und zwar habe ich dazu ganz viele Sticks. Ah, wartet, äh, kann ich etwas anders machen. So, 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 so. Dann noch ein paar dazu und da und da und fertig. So, 27, dann haben wir fürs nächste Mal. Ah, es gibt hier keine Mitte. Ah, wie mich das aufregt. So, doppel. Doppelleiter am... Ah, das geht ja auch wieder. Niii... Das geht ja nicht. Da oben ist ja keiner. Aber gut. Oder übel muss dann hier vorne die Leiter hin. Das ist dann der einzige Grund, weshalb das hier... Bis dann da hin. Das Tor ist auch nicht ganz chai. Das ist dann der Grund, weshalb das Tor nicht so... Symmetrisch da drin ist. Äh, ansonsten... Ah, da legen sie Eier. Ich komme und hol mir meine Eier. Da ganz viele Eier. So. Ähm. Und sie alles weg. Äh. Damit keiner da rüber springen kann. Das weiß ich so. Irgendwann mal. So. Dann kommt hier... Eine... Glas... Nein, keine Glasscheibe. Ich weiß nicht, was ich da hintun soll. Das will halt einfach Holz sein. So, 40 sollte jetzt diesmal ausreichend sein. Eine mit dahinten. Eine mit dahinten. Äh. So. Die Artgelust brauche ich. Eine mit dahinten. Eine Wand rein. Und ihr fragt euch vielleicht, für was das Loch da ist. Aber... Äh. Das Loch ist dazu gut. Und dazu. Dass, ähm... Man von oben... Heu nach unten werfen kann. Und der, der unten steht, das dann auffängt. Und dann halt den Tieren gibt. Oder wie auch immer. Kommt da noch eine hin. Kommt da noch eine hin. Hier. Ist gleich. Nein, ganz. Erschoben. Dann geht's nach oben. Oben müssen die Feuern auch noch zweit gesetzt werden. Oben wird nämlich alles dann so zu sein. Und dann müssen wir hier noch irgendwie einen Kran hin basteln. Oder zumindest ein Ding, das aussieht wie ein Kran. Oder zumindest ein Ding, das aussieht wie ein Kran. Oder zumindest ein Ding, das aussieht wie ein Kran. Oder zumindest ein Ding, das aussieht wie ein Kran. Das wär das eben. Der Kran. Also, die Scheunern haben noch vorne immer so ein Kran. Ja, und dann das Ganze zeugt. Und holt. Und... 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 Ah, ich hab sogar schon eine Idee. Wie ich... Genau. So. Hier dran. Hier dran kommt ein... Ah, ich hab eine Idee. Ich muss jetzt schon rüber rennen. Und meine Idee ist die Tatum. Muss ich schon rüber. Was holen. So. Dann hätten wir nämlich die Scheune auch schon wieder fertig. Oder zumindest fast fertig. Erstmal schnell Brot. Sowieso jetzt grad Nacht. Kann ich mal drüben schnell einzutieren gehen. Und... Boah, mir neue Werkzeuge machen. Das ist alles so kaputt. So. Haben wir hier was? Ja, Äpfel. Sonst nicht. Dann haben wir Werkzeug. Und zwar ein... Bett. Das wird immer dann gebraucht, wenn ich höchstwahrscheinlich entfernt etwas arbeite. Wo ich halt dann nicht so lang laufen will. Boah, jetzt bräuchte ich mehr von denen. Das ist gut. Holz. Leitern. Ja, werden noch Leitern gehabt. Erstmal hochschieben eins. Erde. Ich hab mal mega viel Erde gekriegt hier. Die Erde trüffelt sich wieder. Nicht eins hochschieben. Alles ganz runter. Dazu. Sticks. Keine mehr. Sehr schön. Ähm. Pflanzliche... Pflanzen... Das, das, das. Seeds. Und... Wir haben zu. Wackeln. Und... Was wollte ich jetzt holen? Ah. Hier. Ich hab Zeit. Warte kurz. Ich hab Zeit. Und zwei. − Und zwei. Also können wir in die Wirtschaft voran das oder so"? Bis zum nächsten Mal.